hallo und herzlich willkommen zu einer neuen let's play folge von last epoch heute spielen wir die neue leder denke ich mal wenn ich die leder erwische mal schauen ob sie irgendwo einstellbar ist noch soloself und nein gut ich denke es beginnt einfach keine ahnung ja der patch ist heute erschienen also für euch gestern weil ich jetzt um 23.55 Uhr aufnehme für eine halbe stunde und es hat sich viel verändert der ganze akt 1 wurde geändert und ja scheinbar sind wir jetzt in der leder also ich sehe keine leder wie ist die taste für leder oh es kommt kein für die explikation hey sehr schön das macht ihr sehr gut einfach dieses ambiente und so von neuen gebieten und so sind immer so geil immer so mega geil settings ich möchte gerne kurz ein guide haben muss ich leider machen ich möchte den guide haben dankeschön dass du fenstern aufgehst sieht man jetzt ja man sieht es okay ich habe den glaube ich hier ist ein alter guide vom oktober 2022 möchte der blind b nochmals machen weil er wirklich mega stark war für mich ein bisschen leichter der weniger zeit hat zum grinden und vorwärts zu machen oder nicht so vorwärts zu machen und ja wir müssen hier klicken dann unten einfach zum beispiel haben wir eingeben habe ich das nicht schon gemacht ich glaube ich habe den guide schon ja dann nutfeder weiß es nicht mehr so genau habe ich heute morgen gemacht wo ich noch müde war ich mache einfach mal nochmals haben wir hier und dann können wir schauen ob es drinnen ist oder nicht das ist scheinbar noch nicht gut aber erst ausgewählt oder so ja also was müssen wir es gehen dann müssen wir kurz unten nach rechts und unten hoch rüber bis hier fünf mal frequency ok wir wissen wie wir es gehen finde ich toll habe ich ja schon ein bisschen übung und ja immer anfangs oder auch mit einem ding dann ein bisschen wechseln je nach guide ein bisschen spielen weil ich eben nicht so gut bin im vorbereiten meine beats sind noch immer ein bisschen heftig und stärker gewesen aber so stark sind meine eigenen beats auch nicht so stark sind meine eigenen beats auch nicht wie diese hammer ähm ja forgedreffen forgedguard glaube ich gell ja jetzt weiß ich so ungefähr genau was ich bin oder was ich damals war habe ja auch dann ein bisschen pause gemacht von last epoch weil es mir gesundheitlich nicht so gut ging interessanter gegner und fast ein bisschen zu langsam abgehauen okay das ist ein gegner da muss man einfach so ein bisschen herumkiten ja aber jetzt gar nicht so stark weil er noch rollen will gist so ja ist stärker natürlich oh hier hat es ein paar käfer mehr hier kommt auch noch ein käfer runter ja ich muss eher diesen angriffen lassen er ist stärker geworden ja bennegens ist auch mal etwas brauchbar er handelt sich denn doch schön dass ich so früh drauf kam und jetzt habe ich warpuff er ist halt nicht so stark aber gegen mehrere gegner also armpflanz ist jetzt später stark nein er ist eigentlich bei diesem beat nie stark er ist nur zum beschwören von forged weapon forged weapon da ja 5 physical resistance ist auch sehr stark am Anfang und oh hey Entwickler was macht ihr wieder ich mache das einfach immer so mega schön ja gibt es ein Spiel das schöner aussieht kaum also vielleicht noch lost art und so und ja die äh grafik wird denke ich mal noch schöner aber ich weiß jetzt noch nicht direkt wie man es ändert ich habe diesen einen bug der viele spieler haben man hat keine auswahl man hat nur option a bis c und man muss es sehr umständlich weg machen und dann ist es trotzdem wieder da beim nächsten start es ist also ein scheiss bug aber die grafik ist eigentlich schon standard auf ultra glaube ich oder auf sehr gut oder so ja es ist einfach dieser eine grafikfehler manchmal das beat so ein bisschen wackelt jetzt zum beispiel hier es ist sogar gerade ein bisschen runter gegangen aber das sieht man glaube ich im video auch gar nicht das sehe ich nur mit meiner mit meinem riesen beat mit einem bisschen ganz wenig ich habe ja auch manchmal auch bessere augen auf meine nervenkranker 24 24 ok so eine erhöhte stun chance ist natürlich auch sehr praktisch für hier also ein cooler start es wurde gesagt das ist diese eine wie heisst sie schon mehr die Relev glaube ich oder so hat das Ryeleve Relev und das ist ja die Ostgöttin die greift gerade diesen Spot an wo wir scheinbar herkommen ja und das wurde stark verändert das war fast ein bisschen langweig und jetzt ist es viel viel spannender auch cool der hat Eisattacken das ist jetzt nicht erkannt was er genau hat was ist das für ein Typ den kennen wir gar nicht aber einen Greil kennen wir noch nicht ok ich dachte es wäre L ähm wie heißt der andere weiß ich jetzt nicht mehr genau weiß ich jetzt nicht mehr genau ok nein in dem schauen wir nicht wenn wir arriven wir sind schon gekommen hast du wo ist deine Familie ja ich sag das ja sie sind weg also ok es war ein Fehler ja wir waren hier ähm und es waren einfach viel zu viele wir waren so ein bisschen eingegrenzt und gefallen äh ich kann äh ja Ausbricks das ähm ja machen ja kann sich alle retten oder du scheinst du scheinst sehr gut zu sein sehr stark danke bist du in einem Frieden für den Frieden hier rede bist du es ja ich rede ich ich frage ihn zuerst mal ich bin mein Name ist Greil ja seit wir hier ja so eine gesehen haben ähm wieso bist du wieso gehen wir nicht zusammen ok ja ich brauche mehr Hilfe soll ich das sagen haha ich bin eigentlich nie so ein Typ der wirklich Hilfe braucht oder so aber wenn du sagst helfe ich dir ja ja wäre gut wenn du andere ignorierst weil es kann ja fatal sein oder man sollte nicht jedem helfen warum die es nicht nicht verdient haben haha also ich möchte dich sehen im Kampf yeah ah so war das unten unten und ja Mitte und dann ja ein bisschen Mitte unten ähm auf jeden Fall strange zuerst wir haben nicht so wenig Leben oder so ja also es ist schon sehr toll und ich kann jetzt endlich mal wieder etwas Neues lesen haha das ging jetzt lange zweieinhalb Jahre oder so nein eigentlich zwei zwei oder drei Jahre sogar ja drei Jahre genau und es hat sich nie verändert es hat noch wenig verändert Akt 1 das ist ja eher so Akt 3 bis 4 Akt 5 wurde auch nicht so stark verändert Akt 6 wurde gar nicht verändert Akt 7 wurde mehrmals verwendet und Akt 8 wurde auch nie mehr verwendet aber es ist ja auch nicht so alt wurde nicht verändert oh geil der Damage der Damage Great so jetzt haben wir dann gleich die Auswahl zwischen dem Skill zum verwenden wo man leveln kann den müssen wir dann einfach einstellen in diesem ja Fenster hier oben und da gehe ich eben auf Warpuff das ist dieser Angriff hier und du äh dort einfach dorthin gehen wo man den Forged Web ähm bekommt ich habe mich einfach dazu entschieden sich gerade ein Aller-Welt-Beat oder so zu nehmen und ja schon ein bisschen ein Aller-Welt-Beat aber es ist einfach ein Beat wo man endlich ins Endgame auch relativ gut kommt und so weil mir hat es wieder gestört dass der Toten Menzel also der Toten Schamane ja in den vorigen Parts nicht so ähm Ding war es nicht so möglich war zum Beispiel ähm Relev nein ähm Chulera genau Chulera war es ähm zu dem ähm ja ok jetzt könnte ich eigentlich ein bisschen mehr Warpuff Warpuff verwenden ich gehe jetzt mal hier ein bisschen direkt ich muss nicht so items aber ich werde den Charakter relativ schnell ins Endgame bringen wenn er vielleicht auch ein bisschen mehr und besseres zu sehen bekommt weil das Endgame wird auch ein bisschen verändert scheinbar oh das ist wahrscheinlich einfach so dieser ähm böse da ja 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 diese Valkenmenschen ok ich werde vielleicht aufhängen ja auf jeden Fall der Angriff da hat es Endgame so wunderbar hahaha die Helme sind einfach sehr stark schon am Anfang hm ja das Schild hebe ich mal auf 18 15 ne das Schild hebe ich auf das ist irgendwie nicht rein ist Auto equip aus hm ich will nichts nehmen ah lesen auf den also so Story Sachen machen ja tue ich ok es geht gar nicht hallo ist der Server gerade ein bisschen langsam ok scheinbar ist der Server langsam gut ja oh ja jetzt so also weiter müssen wir hier nein da redet auch oh was ist denn das hä sind sie da an dem Boden ok ja Herrhoff ist denn nicht der Gott ist nur ja wurde einfach geschrieben dass der Gott eben auch Leute hat die Krieger sind dass sie uns beschützen die Nutnetze in uns in unschlupfgebieten ja also er hat einfach so ein bisschen gesagt dass wir jetzt einfach nächstes mit dem Konzil reden sollen oder mit dem Anführer vom Konzil und scheinbar ist es stark verändert worden jetzt wären wir wahrscheinlich schon es ist ein bisschen schneller gegangen ähm dort wo wir da den Abgrund und dieses Wackelpudding Zeugs das Void Zeugs im Hintergrund sah einfach bei der ersten beim ersten wichtigen Lager das erste ist ja das unwichtige Lager wo man noch kurz durch geht das zweite wo man noch die verschiedenen Wege hat ist das ungefähr hier einfach viel heller ist es nicht mehr so dunkel ist es einfach ein bisschen realistischer ja ja wir sind ein bisschen zu spät ok diese Statue war doch irgendwo in der antiken Zeit in einem ja Nebenlevel wo man nicht rein muss unbedingt ja in einem Akt 5 nein Akt 6 also sie ist sozusagen der Wächter ja wir müssen alle harte Fock bekommen ok wir tun alle verlangtes ja easy wir sind ja Superhelden ich finde immer so ein Hack and Slay sind wie so mega Superhelden zum Beispiel Neverleben und so ja ok ist wie immer also ja könnt ihr vorlesen Lunch hat ein neues Symbol ok oder Lunch heißt eigentlich einfach Lunch ich sage immer Lunch haha so das war ein Stück oh auch schön Lunch kann man immer noch nicht einsetzen wieso muss man das auf einen Gegner einsetzen die anderen müssen ja nicht die anderen ich wollte eigentlich Warpuff 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 hat eigentlich nur so ein Tourist Symbol hm jo die entwickeln wir manchmal auch ein bisschen fehl das ist nicht mehr so schön aus wie das so ok ok 23 23 23 will lieber eine langsamere Waffe haben dafür Stun ich glaube ich greife mit einem Hammer an oder so auch ein bisschen mehr Schaden sieht auch besser aus ich habe gedacht ich werde dann auch spät noch ein Hammerdin Beet machen aber erstmal brauche ich ein bestimmtes Item denke ich was ist das da mal ja wer setzt das ein da unten ah diese Blüten haben sich auch ein bisschen verändert ja die waren ja beim Drachen da wie und sind jetzt einfach schwächer geworden weil sie einfach Low-Leveliger sind in einem Low-Leveliger Gebiet ok sehr interessant ja ah ich mag manchmal diese Kohlensäure nicht in den Betränkern die ein bisschen Aufstoß bekommt so also ich möchte gerne aber nur einen Punkt in Mana reduzieren machen meine Effizienz damit ich nicht so Low-Level-Mana bekomme das ein öfters einsetzen muss ich denke aber erst mal mindestens einmal Forge Weapons ja einsetzen hey die können immer so mega weit aber ich sehe sie nicht gehen die da hin oh sie ist eine dumme Blume ich brauche die große Blume nicht die kleine Blume große Blume nicht die kleine Blume große Blume große Blume da irgendwo hä was ist die ganz im Hohen die sind ein bisschen blöd die haben ein bisschen zu viel Reichweite die sind jetzt nicht so toll zu besiegen wenn man noch nicht so gut ist so ich weiß nicht ob eine Vitalität schon mal machen soll also die Blume wäre eigentlich hier oben gewesen denke ich mal sie hätte von dort oben liegen also nicht mehr so die Reichweite irgendwie mal ein Gebiet erwechselt hat man kurz diesen Haken haben die Entwickler irgendwie so eingefügt damit wir uns komisch ja so jetzt sind wir in diesem Gebiet wo vor dem ersten richtigen Boss ist einfach stark verändert scheinbar ok es wurde einfach ein bisschen gewächelt von was kommt wann aber stark verändert also jetzt sind wir in diesem wo der Boss kommt stark verändert oh ist ja wie stark Schrein äh ja ok es ist auch Schrein ja always critest genau du always critest sehr gutes Deutsch du critest immer jeden Tag always jeder Weg und das ist der erste Boss jetzt äh also ich habe vorher den ja ersten Boss irgendwie anders gemacht da kann ich auch drücken da kann ich auch drücken da kann ich mit den Mäscher ok kommt der Boss einfach zweimal und hat sich jetzt verstärkt das ist ein ganz anderer der kommt wieder der eine kommt wieder ok äh der ist ein bisschen schneller als die sonst sind dankeschön das ist ja so ein OP Boss ok der ist anders äh schon bringt er ist ein bisschen mehr Haus vor oh jetzt habe ich einen Speer einen Speer mit 18 Millilie Damage ich habe kein Lightning Damage äh 560% Lightning Damage Helf und Hit ja ich setze ihn ein ich denke er hat auch schnellere der 2 der 3 ja es ist Auto Equip ist irgendwie aus ich kann das wieder einstellen ähm ja ich kann mich selber nicht einstellen aber das anders habe ich hätte angestellt weil ich eigentlich gerne anhatte jo 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 ich bin gerade im Kampf und muss wieder springen da ist auch ziemlich stark so ich werde ich ein bisschen lunchen nein ich muss unbedingt abhaben ja ja die Gegner sind relativ schnell fester geworden scheinbar haha aber es ist natürlich noch nicht schwer wie komme ich da drüber ich muss einmal oben durchgucken oh wo man levelt viel schneller auch gut ich muss mehr Damage hm ich will das andere gar nicht ne das muss ich später dann ja aber ich habe irgendwie das Gefühl doch ich muss ich in diesen Gründen auch also die nächste so die Vitalität ja Vitalität ist eigentlich im Grunde genommen gar nicht so stark am Anfang das ist eher nachher wichtig wenn man ja nichts mehr anderes verstärken kann ja ich muss unbedingt irgendwie das wenig schauen so sonst setze ich immer noch mal auf kurz ein dann würde ich da in den anderen einsetzen ich dachte aber ich setze jetzt äh Pennergains ein ja schon ein bisschen mehr abgelenkt genau also man kommt ja auch oben irgendwo scheinbar so bekomme ich so Schrott eigentlich über also wieso wird man das überhaupt noch angezeigt als Forge Guard setzt man noch keine Warners ein oder vielleicht mit Smethes Waff sonst ist bald ja das hast du gerne gesagt aber ich habe es nicht so wahrgenommen so Beleidigungen und so die interessieren mich ja ich habe wieder gerne ein bisschen mit Ressourcen ein bisschen mit Ressourcen was ist denn das für ein Clinch hier oh ist er mega gepullt wollen wir ein bisschen mit der Wand angreifen ja das ist eine neue Version ähm ok hä hat irgendwas eingesammelt habe ich das Auto equipped jetzt also es kommt hart doch alter ok was habe ich hier gerade bekommen ein Relic ne ich weiß nicht ich bin jetzt gerade ein bisschen hinterfragt was ich denn bekommen habe ich habe irgendwas eingesammelt und trotzdem habe ich nichts zu machen scheinbar hm hey mein Gott sind die stark ich bin nicht hier zum sterben auch wenn ich denn heute und gerade nicht gefunden habe ja 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 darf man nicht mal ins Menü gehen muss das Spiel immer weiter was habe ich jetzt gemacht was wollte ich jetzt machen ich frage mich immer noch sind wir überhaupt in der Letter ja wir sind automatisch in der Letter wenn wir jetzt nicht in der Letter sind und ich wieder das alles nachspielen muss lieber Entwickler dann bin ich aber böse ja ah ich wollte einfach den Skills fixen jetzt weiß ich wieder was ich machen will so äh respect zurücksetzen und jetzt bitte das nächste Mal besser anzeigen dass ich den Skills genommen habe und ich 2 nehmen muss diese kleinen Pünktchen die sieht niemand und ich habe so schnell wie möglich dazu dann fortschwebben und habe jetzt einfach ein Level verloren wieso verliert man einfach beim respecten halt ein Level ich weiss nicht was der Entwickler eigentlich von uns will uns stören und nerven müsst euch uns doch ein bisschen Auto anpassen wir haben nichts getan wenn wir uns mal verskillen falsch klicken oder nicht gut konzentriert sind und so wir haben nichts euch angetan liebe Entwickler nie ja ich finde es ein bisschen doof dass Warpuff am Anfang nicht so stark ist wie es viel Mana kostet aber gut jetzt kommt der ja schon wieder er kommt ein bisschen oft er sieht auch irgendwie gleich aus das ist genau der Boss den wir am Anfang besiegt haben es wurde schon verschwendet aber vom Spiel her gefällt es mir ja zwar nicht so man hat irgendwie Gegner die eher nerven also ganz am Anfang in meinem Spiel sollten die Gegner nicht nerven das erschrickt die meisten sowieso nicht so lange die Spiele spielen wollen verschrickt es einfach du willst einfach abhalten es weiter zu spielen und so am Anfang soll der Schwierigkeitsgrad wie sehr angenehm sein aber nicht zu leicht und so ist es einfach irgendwie nicht so angenehm okay Auto Equip Gott geht trotzdem nicht ja egal wie jetzt aus was ist das hä wir haben irgendwas kaputt gemacht eine Rüstung oder so wahrscheinlich ist das das Relic hä wir haben uns kaputt gemacht aber nicht eingesehen komischerweise ja und jetzt sehen wir dort wo es ja dunkel wurde nach dem Boss nach dem ersten Boss ist ja irgendwie so Wing Avian paar Ausblicks heißen ja nicht Avian in anderen Spielen heißen sie Avians und dann schauen wir mal okay das geht eben noch dass der Hammer oben drüber fliegt und trotzdem Schaden macht unten Also eben, ich rasche ein bisschen durch, das wird's auch manchmal ein bisschen schwieriger oder geht länger, aber dann sind wir schneller auch wieder dort, was wirklich mega Spass macht. Anfangs Monolithen bis Ende Monolith, Corruption 1600 oder so, ja, ich werde eventuell Corruption 200 oder 300, wenn sie früh erreichen, aber es kann sein, dass ich oft sterbe, weil ich einfach auch zu viel etwas ausprobiere, wie zum Beispiel Jura schon zu früh machen, und ja, das hat mich ja gewone-hitted oder fast gewone-hitted, weil ich sie völlig übertrieben hat, und das liegt einfach am Spiel, dass die Entwickler echt unfair sind, da kann man nicht immer alles gut auswählen. Also ich werde versuchen, solange wirklich umheben zu bleiben, zu nehmen in der Kampagne. Okay, das nervt mir ein bisschen. Wir haben das doch mal wieder ein bisschen Stärke hier. Boah, da kommt jemand normalerweise. Ey, hallo, wie viel bekommst du noch, oder wie viel kommen noch so ähnliche Gegner? Ey, also richtig nervig. Ja, jetzt bald haben wir die Waffen und unsere Stärke. Ich habe noch keine Items gefunden mit Minion Damage. Wird halt schwer sein bei diesem Minion Beet. Aber sobald wir eigentlich auch die Sachen haben, die wir brauchen, von den ersten Monolithen und so, sind wir eigentlich ok. Ah, 2-2 Wings. Also, ich steige um, kein Bock mehr auf langsame Sperre. Äh, Axt und Schilde selber. Ich liebe irgendwie Axte, obwohl ich eigentlich... Ah, das ist nur zum Reden. Obwohl ich eigentlich, ähm... Jo, was sagt man denn dazu? Äh, ich stehe auf dem Schlauch. Ja, okay. Ja. Obwohl ich eigentlich 2 Waffen-Fan bin und ja, sind aber zu langsam am Anfang. Später so, also als Beastmaster war ich dann so schnell, dass ich dann einfach was geil finde. Aber am Anfang, und dann spiele ich da, dann habe ich lieber schnelle Waffen. Später, ja, eigentlich mal auch. Aber dann sind wir nicht spät. Aber nicht so stark mit Jade. Oder mit 2 Waffen. Ok, jetzt sind wir beim Furnace wahrscheinlich. Diesen Furnace-Monster-Tex da. Kann man auch verlieren, dann kann nicht zerstört werden wahrscheinlich. Das wird nur so angedeutet. Ja, toll. Kann wieder so'n meldiges Zeug. Einen scheiß Engel. Oder sind wir bei diesem ersten großen Käfer. Der ja keine Hilfbar hatte. Der immer noch nicht hat, glaube ich, oder? Nur wenn man ihn wirklich mega alleine hat. Ja, anfangs sollte man vielleicht mit Venagant... Naja, es ist eben auch nicht ein starker Angriff, wenn man ihn levelt. Ja, war wohl schon gut. Der Gegner ist jetzt ziemlich wenig stark. Ein bisschen zu schnell. Aber es sieht halt sehr geil aus. Das ist schon etwas hochwertiges. So viel grelles Zeugs glaube ich auch nie. Ich bin sehr, sehr erfreut, dass der erste Akt wirklich super erneuert wurde. Vom Balancing darf ich nicht zu viel sein. Es ist für mich weniger gut. Ja, was vorher. Bisschen schade. Okay, und das Brutforce. Gut. Und wir bekommen relativ schnell die zweite Klasse über. Also diese, alles war zwischen den drei Klassen pro Charakter. Manche nur zwei noch. Und scheinbar kommen die neuen Klassen entweder August oder Oktober oder November. Aber die Entwickler sagen nichts darüber. Also Falconier erwarte ich schon seit Mai 2020. Seit Start der Beta. Die Alpha habe ich übrigens nicht gespielt. Ich wollte das Spiel damals noch nicht kaufen. Weil immer alle gesagt haben, es wäre zu kurz. Und das war damals auch nur drei Akte lang. Gut, aber schnell erweitert. Und seit einem Jahr passiert halt nicht mehr so viel. Also wir entwickeln manchmal so große Updates. Weil er sehr lange auch im Multiplayer Modus gearbeitet hat. Und nur an dem gearbeitet hat. Jetzt bin ich erfreut, dass ein Rework von Akt 1 gekommen ist. Und auch ein bisschen von den Meneliten natürlich. Das muss ich mir aber zuerst ein bisschen anschauen. So, ja jetzt haben wir schon ein bisschen überzogen. Ich dachte, der Akt sei langsam fertig. Ich werde hier mal einen Break machen. Und ja, die nächste Folge kommt dann eigentlich. Ja direkt wahrscheinlich. Bis dann. Tschüss. ..